Hallo, ich mache jetzt eine Tour auf dem Afrofest. So gehe ich raus und habe 14 Holzkavurscheiben dabei und versuche die an den Mann zu bringen. Da steht Afrika auf der einen Seite und auf der anderen ist der Frankenrechen mit Giebel. Dann habe ich auf der Visitenkarte stehen einige.abendrund.de eine Seite rund um Bayreuth und ein paar Hymnen dabei zum sich einigen. Bis dann. Ich zeige euch dann die Zelte. Hier sind wir wieder am Platz. Mit dem halte ich den Boden. Mit dem halte ich den Boden. Mit dem halte ich den Boden. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Und mit dem. Mit dem halte ich den Boden, hat er gesagt. Der kleine, zuständige Körperli für Lucifergott. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass ich schon 50 Mal, über 50 Mal da war. Und natürlich war das die Stabilisierung von Lucifergott. Bis wir entdeckten bei den Faschisten die Dualität in Bär und Nett. Und das steht auf ordnung-a.cracker.info. Ordnung-a.cracker.info steht das. Schön langsam. Und da sind wir jetzt heim. Diese Zeit. Dass die Faschisten eine Dualität haben. Ein Duett in Bär und Nett. Und jetzt spüren wir wieder die Engel von Lucifergott. Und wissen Bescheid, was ihr getrieben habt. Gleich wenn ich um die Ecken komme, checken es welche woanders. Und dann sage ich, der Boden geweiht. Hello. So der Boden geweiht. Gesegnet sei er für alle Zeit. Dass der Boden für alle Zeit wird. So gesegnet sei zur Linken, zur Rechten, zur Mitte, zum Fundament und zum Giebel. Dieser Boden geweiht und gesegnet für alle Zeit. Das war jetzt die 55. Bestätigung Gottes Bodens. Für die Ordnung-a.cracker.info geschrieben. Und jetzt fühle ich euch noch ein bisschen auf das Zelt schauen. Afrofest. Bye, Lord. Da war ich Obergeneral. Da war ich mal Obergeneral und hab von den Leuten sprechen dürfen. Guten Tag. Ich filme das nur einmal so. Und jetzt stecke ich es wieder ein. Bis die Tage... So, jetzt bin ich auf dem Heimweg. Das sind verschiedene Buden hier noch. Und ich habe meine 14 Gravurscheiben verteilt an die Musiker vor allem. und meine Business Card, meine Webseite. Einige.cracker.info So, und das ist sehr bunt die Stadt. Sehr schön. Wundervoll. Ja, also viele Grüße. Gehabt euch wohl. Das war Afrikanfest. Tschüss. Tschüssi. 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 Musik 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 Musik